1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian. Willkommen bei 1Live Talk Radio. Freie Themen Nacht, wie immer dienstags. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian.wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Christian und der ist 38 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo Domian, grüß dich. Ja, Christian, dein Thema. Vorab Kompliment an dein Team. Danke. Kompliment an dich und mein Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz. Dankeschön, dankeschön. Für mein Thema. Du hattest letzte Woche eine Anruferin, die Gutruhn. Ja. Die hat erzählt, dass ihr Freund ihren Vorschlag gemacht hat, mal in eine Domina-Studie zu gehen. So war es, genau. Genau. So, ich habe das Thema meiner Frau auch durch vor 5 Jahren. Ich habe ihr diesen Vorschlag auch mal gemacht. Vor 5 Jahren? Vor 5 Jahren, genau. Ja, und sie und ihr, sie hatte damit nichts am Hut vorher? Äh, gar nichts. Gar nichts. Sie war auch zum Anfang ablehnend. Mhm. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen darüber nochmal. Und dann sagt sie, lass uns doch mal gehen, lass uns doch mal einen Termin machen bei so einer Domina, dass ich mich mal angucken kann und so. Ja. Und das habe ich dann auch getan. Christian, kurze Frage. Du hast deinen Fernseher, dein Radio ganz leise gestellt. Ich habe gar nichts an. Gar nichts an. Ich bin jetzt, ich sitze im Garten draußen. Ja, das ist auch sehr schön bei dem Wetter. Lass mich nochmal fragen, wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, dieses vorzuschlagen? Hattest du schon einschlägige Erfahrungen? Nein, überhaupt nicht. Aber unsere Ehe stand auf der Kippe ein bisschen. Und ich dachte mir, da muss doch irgendwie doch Pepp reinzukriegen sein. Ja. Und da habe ich mir was überlegt und habe gesagt, da komme ich auf diese Idee, auf diesen Dreh. Aber da muss man hier schon irgendwie so eine Affinität haben zu sowas. Sonst sagt man ja nicht, komm, das ist SM, Domina. Affinität, Affinität, ne, Affinität vielleicht nicht. Der Gedanke spielt ja öfter mal eine Rolle. Ja, irgendwie so ein bisschen, ja. Aber nicht direkt angesprochen darauf. So, SM, Domina Studio, hast du deiner braven Ehefrau vorgeschlagen damals. So. Und die hat dann gesagt, ja, okay, komm, wir gucken uns das mal an. Wir gucken uns das mal an, ja. Und dann waren wir mal einmal da, haben uns das alles zeigen, erklären lassen und so weiter und so fort. Sind dann wieder gegangen, unverrichtete Dinge natürlich. Da hat sie das durch den Kopf gehen lassen. Und dann sagte sie, komm, lass uns mal hingehen. Was habt ihr denn da gesehen? Was hat man euch denn da so gezeigt und erklärt? Och, das ging eben los. So Sachen wie Andreas Kreuz. Andreas Kreuz ist so ein Kreuz, ne? Wie am Bahnübergang. Genau, am Bahnübergang, genau. Ich sehe dich nicht. Ach, du siehst mich ja nicht, genau. Nee. Aber die Radiohörer sehen mich noch nicht. Streckbank, dann sowas, wo es für Fesselspiele gibt. Ja. Einschnürung im Korsett und sowas. Gewichte und solches Zeug. Ja. Haben die euch damals beim ersten Mal nur diese Gegenstände gezeigt? Oder hingen da auch schon ein Mensch am Andreas Kreuz? Nee, 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 nee. Wir waren ganz alleine da. Ganz alleine, ach so, ja. Gut. Also ihr seid rumgewandert und dann nach Hause, Tessi einen Kaffee getrunken und habt darüber beraten. Und dann, ja genau, und dann sagt sie, komm, lass uns mal hingehen, ich werde das mal kennenlernen. Ah ja. Und dann ging es auf die leichte Toe erstmal so ein bisschen und dann hat sie mir immer mehr Gefallen dran gefunden. Und du auch offensichtlich? Ja, ich habe da auch mit zuguckt, natürlich. Und das war von Anfang an, als du es das erste Mal gesehen hast, fandst du es auch gut? Ich fand das irgendwie cool, ja. Okay, und dann? So, und dann vor drei, dreieinhalb Jahren machte meine Frau den Vorschlag, du, wir haben im Keller unten noch einen Raum frei, lass uns doch so ein Ding für uns privat selber bauen. Ach, da geht es aber ab bei euch. Also ein Domina-Studio, ein SM-Studio im eigenen Haus. Genau. So, du bist Tüschler-Geländer, sieh mal zu, was du machen kannst. So, dann habe ich angefangen zu bauen, den Raum schön hergerichtet und so aus Gedanken her schon dann, was ich noch so weiß, nachgebaut, ein Andreas Kreuz nachgebaut. Ja. Dann eine Streckbank nachgebaut, dann so einen Stuhl mit so einem Bildo drauf nachgebaut und so einige Haar und Ösen überall angebracht. Ja. Wir haben uns einige Utensilien gekauft dazu, was es so gebrauchen könnte. Man hat ja auch gerne in solchen Stuhl, das habe ich mir sagen lassen, Gynäkologenstühle. So, darauf wollte ich auch noch hinaus. Ach, das hätte ich es geahnt. So, vor einem Jahr circa haben wir sowas bei Ebay entdeckt. Ach. Und meine Frau, Happy Feuer und Flamme, uns sagt, komm, wir bieten mal mit. Das ist ja völlig verrückt. Bei diesem Ebay kriegst du ja alles, ne? Alles. Sogar einen ausgedienten Gynäkologenstuhl. Das Ding ist zwar schon fast 30 Jahre alt. Wie viele Mädels da schon drauf gelegen haben, ne? Genau. Du sagst es. So, und wie gesagt, das Ding haben wir noch steigert. Ja. Zu wie viel? Wie viel? Glück gehabt. Das waren damals 83 Euro. 83 Euro? 388. Ach, 380. Ja, das Ding ist nicht gerade billig gewesen. Ja, stimmt. Aber noch alles dran, alles in Ordnung? Ist alles dran, er ist komplett verkromt. Ja, schick. Und ja, sieht gut aus. Ich habe mal ein bisschen aufgearbeitet und mit Lehre und so schön gemacht, noch ein bisschen mehr. Und der steht jetzt auch bei euch in eurem Privatstudio? Jetzt haben wir schon so lange über Dominastudio gesprochen. Wer ist denn der Dominante bei euch und wer ist der... Das bin ich. Du bist der Dominante. Du bist der Herr. Ja. So sagt man. Und sie ist die Sklavin. Und sie lässt sich von mir durcharbeiten, ja. Ja, und sie hängt gerne auch mal ein paar Stunden am Andreaskreuz, seine Frau. Naja, ein paar Stunden muss ja nicht gerade sein. Nee, aber so ungefähr, ja. Aber ab und zu schon mal. Ab und zu schon mal, ja. Und sie liegt dann auch auf dem... Wir müssen das ja so offen aussprechen, weil das ist ja so. Sie liegt dann auch auf dem Gynäkologenstuhl, ne? Natürlich, natürlich. Und du bist der Herr. Ja, natürlich. Ja. Dann gibt es noch andere Spielereien, wo sie sehr draufsteht. Und das ist zum Beispiel die Korsette einschnüren. Ja. Also praktisch, dann habe ich dann die Decke oben sich der Haken angebracht. Da wird sie dann nach oben gezogen, sodass sie praktisch auf den Zehenspitzen steht. Dass der Körper richtig schön gestreckt ist. Dann ziehe ich hier so ein Lederkorsett an. Das ist immer so. Christian, wenn man damit selbst so nichts am Hut hat, ne? Nein. Klingt das immer ein bisschen lustig, wenn das jemand erzählt. Ich ziehe sie dann ihr Lederkorsett fest zu und hänge sie dann an die Decke. Das hat ja auch ein bisschen eine gewisse Komik, ne? Wenn man das so hört. Aber für euch ist es, ich sag mal, ernsthafte Lust, ne? Ernsthafte Lust, ja. Das kommt aber dabei immer zum Geschlechtsverkehr. Danach? Danach, ja. Aber du lässt sie eine Weile erstmal zappeln. Natürlich, natürlich. Macht ihr das denn allein oder holt ihr euch ja Leute in euer Privatstudio? Zum Anfang waren wir alleine. Wir haben aber über Internet, über ein Forum, ein Pärchen kennengelernt in Bayern. Ja. Die, äh, die sich auch mal interessiert hat. Ja. Und die sind da auch mal hergekommen. Ja. Und das war vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren, genau. Ja. Und letztes Jahr waren sie auch zweimal da. Und dieses Jahr haben sie auch wiedergekommen. Ach so, also nicht so, die kommen nicht so ganz oft, aber... Nö, ist ein bisschen weit weg von uns, 800 Kilometer. Und für euch ist es dann das Schönste, irgendwann zu sagen, ach komm, wir gehen in den Keller. Genau. Dann weiß sie schon, wo der Hase langläuft. Das Allerschönste ist, wenn ich von Arbeit komme, meine Frau eine Stunde vorher anrufe, dass ich schon zu Hause bin und ich nach Hause komme, wenn sie schon unten auf der Bank liegt. Das Allerschönste. Habt ihr Kinder? Nein, meine Frau kann leider keine Kinder liegen. Das ist wiederum dann ganz praktisch, weil es ist ja kompliziert, den Kindern zu erklären, was Mama und Papa da in diesem schrecklichen Zimmer machen, ne? Ja, so gesehen, ja. Wenn die noch ein bisschen kleiner wären, müsste man das alles geheim halten. Heißt das, dass dieses Ding vor ein paar Jahren eure Ehe und eure Sexualität so richtig wieder aufgepeppt hat? Aber voll und ganz. Wahnsinn, toll finde ich das. Ja, voll und ganz. Wir haben dieses Jahr einen Hochzeitstab nebenbei. Und ich denke mal, das wird auch eine ganze Weile so gehen, weil es wird nie langweilig. Ja. Passieren denn diese Domina-Spiele, diese SM-Spiele nur in diesem schönen neuen Keller? Oder so neu ist er ja auch nicht mehr. Also in eurem Keller oder nimmst du auch schon mal hoch mit ins Schlafzimmer oder Wohnzimmer? Auch ins Schlafzimmer, ja auch mal. Ja, da nehme ich auch ein paar Seile mit hoch, so, dass man ihr die Brust abschnüren kann zum Beispiel. Ja. Oder Handschellen zum Fesseln. Ja, aber falls jetzt jemand gerade erst reingeschaltet haben sollte, das ist ja alles auf freiwilliger Basis, ne? Ja, ja. Also es gibt ein Passwort bei uns. Ja, wie heißt das? Was? Wie heißt das Passwort? Schluss. Einfach Schluss? Einfach Schluss. Das heißt, wenn sie Schluss sagt, dann ist Schluss. Dann lasse ich alles fallen. Ja, und dann musst du sie auch losbinden. Genau. Und was auch immer. Was war denn so das Heftigste, was ihr bisher schon ausprobiert habt, gemacht habt? Das Heftigste? Ja. Dass ich ihre Scheide so weit gedehnt habe, dass meine ganze Hand reinpasst. Ja, das ist schon krass. Das ist krass. Ja. Ist das eine Sexualität, Christian, wo du sagst, wir machen das jetzt zwar schon ein paar Jahre, aber wir können da immer noch mehr entdecken und uns immer noch mehr ausprobieren? Oder seid ihr schon so an die Grenzen gestoßen, wo ihr sagt, jetzt haben wir unser Terrain und darauf bewegen wir uns? Nein, wir suchen auch im Internet weiter, was es Neues gibt, was man Neues machen kann. Wie gesagt, vor ungefähr einem halben Jahr haben wir uns ein Lehreprosett gekauft für Sie. Das haben wir uns anfertigen lassen von einem Sattler. Und da kann ich Sie schon zur Zeit, das hat Sie Teil hier, ich kann Sie so sagen, 79. Und da geht es schon mal bis unter 70, 65 runter. Das tut ja sehr weh. Das heißt, die ganzen inneren Organe werden kräftig zusammengequetscht. Ja, das geht langsam. Also langsam, nicht auf einmal, das dauert dann schon eine Stunde, immer wieder einen Zentimeter weiterziehen und so. Wenn dieses andere Paar dazukommt, das ihr kennengelernt habt, wie ist denn da die Aufteilung? Ist er auch dominant und der Herr oder wie macht ihr das? Ja, ist auch der Herr der Herr. Achso, und da seid ihr beiden die Herren und ihr kommt euch auch nicht in die Quere? Nein, wir gucken dann zu oder ich gucke dann zu, meine Frau guckt dann zu. Achso. Ja, aber zwischen uns, den beiden Pärchen, gibt es absolut keinen Sex. Achso, da gibt es keinen Sex. Also kein Partnertausch. Wie bitte? Kein Partnertausch. Nein, das ist tabu. Das will meine Frau nicht und das akzeptiere ich. Achso, das heißt, dann ist das eine Pärchen bei euch zugange, ihr guckt zu und umgekehrt. Genau. Ah ja. Genau. Warum wäre das nicht auch möglich, dass mal der andere Mann der Herr deiner Frau ist und umgekehrt? Das möchte meine Frau nicht. Aha, okay, da sagt sie Schluss. Also meine Frau sagt, du bist mein Mann und da gibt es keine andere Frau. Verstehe. Also ich finde das Interessante an der Geschichte, die du erzählt hast, ist, dass da wieder richtig Würze in die Ehe und in das Sexualleben gekommen ist. Ja. Wenn man auf die Suche geht, ob man vielleicht noch neue sexuelle Anregungen findet, gemeinsam und das dann auch lebt. Und das ist vielleicht wirklich auch ein guter Tipp für andere, wo die Luft so ein bisschen raus ist, zu sagen, komm, wir überlegen mal. Vielleicht haben wir irgendein Spielfeld, was wir mal testen können. Ja, interessant, super. Das habe ich mir damals auch gedacht. Wie gesagt, Tipp an die Gudrun, sie soll sich erst angucken, ein gutes Studio suchen, am besten einen Dominar, kein Mann. Ja. Angucken, durch den Kopf gehen lassen. Ganz wichtig, sie soll sich ein Passwort mit ihr ausmachen, dass, wenn Schluss ist, Schluss ist. Genau. Und nicht gleich in die Vollen gehen. Schön. Also es kann auch schon sehr schmerzhaft werden. Jetzt sag mir bitte noch, warum soll sie zu einer Dominar gehen und nicht zu einem Mann, zu einem Herrn? Weil ein Dominar einfühlsamer ist. Achso. Ja, die kann das besser erklären, finde ich. Verstehe. Und ist ja auch von der Frau her anatomisch so aufgebaut und weiß dann genau, was so abläuft. Gewisse Ähnlichkeiten, ja, kann man so sagen. Christian, finde ich sehr interessant. Ich freue mich, dass ihr viel Spaß habt in eurem Sexleben. Und du grüßt deine Frau herzlich von mir. Ja, mache ich. Und viel Spaß weiterhin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Jürgen. 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, unsere Faxnummer ist 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian.wdr.de. Hier ist Martin. Martin ist 22. Hallo, Martin. Hallo, Domian. Ja. Ich muss erst mal vorher sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Und es ist auch nicht immer so leicht, darüber zu sprechen. Aber ich habe folgendes Problem. Ich habe halt seit meiner Geburt eine angeborene Penisverkrümmung. Das ist halt, du musst dir vorstellen, die Form wie eine Banane, halt nach unten gekrümmt. Also das Ganze nach unten gekrümmt und dann die Form der Banane noch. Genau. Also wenn der Penis irrigiert war, war er nicht nach oben irrigiert, sondern nach unten. Wie eine Form wie eine Banane. Und dann auch noch eine Form wie eine Banane. Ja. Und das kommt halt dadurch, dass es halt eine Ungleichmäßigkeit von der Schwellkörperhaut gibt. Ja. Weil der Schwellkörper ist ein Gefäßsystem und darüber ist ja nochmal eine etwas festere Haut. Ja. Und die Haut oben drüber war halt länger als die unten. Jetzt muss ich nochmal fragen. Wenn du stehst. Ja. Und hast eine Erektion. Ja. Das heißt, der Penis wölbt sich nach unten und quasi zwischen die Beine, ja nach unten zwischen die Beine. Genau. Ah ja. Ja. Und das habe ich halt das erste Mal mit 14 bemerkt. Aber ich habe das halt eigentlich immer so verdrängt und ich hatte auch zwischendurch Freundinnen und so. Aber ähm. Na ja, mit 14 hast du wahrscheinlich noch nicht viele Sexerfahrungen gehabt. Ja, richtig. Und mit den Freundinnen, die halt danach kamen, sag ich mal, ich habe das halt immer gewusst. Ja. Ich wusste, dass das auch ein Problem darstellt. Aber ich habe sie halt immer verdrängt und bei den ersten zwei Freundinnen ist halt Sex gar nichts gelaufen. Bei den anderen beiden war es halt so, dass, ähm, ja, dass gar keine richtige Aktion zustande kam, weil ich mich halt irgendwo dafür so geschämt habe. Verstehe. Ja, und dann bin ich halt mit 18 bin ich halt das erste Mal zum Urologen gegangen. Ah ja. Und, ähm, habe ich ihm halt erklärt, dass meine Meinung nach Sex mit dieser Verkrümmung nicht möglich wäre. Mhm. Und der hat mir dann gesagt, ich sollte mich nicht so anstellen und es wird schon klappen und irgendwann müsste man ja mal ins kalte Wasser springen. Wie ist das denn beim Urologen, wenn man mit so einem Problem kommt? Man kriegt ja nicht vor dem Urologen eine Erektion und kann dem das zeigen. Ja, das war das Problem. Ich muss es ihm alt beschreiben und da hat er nur zu mir gesagt, ja, solange ich keinen Schullöffel bräuchte, um den dann einzuführen, wäre ich in Ordnung. Was ist denn das für ein Urologen gewesen? Ja, also ich war halt danach auch ziemlich, ähm, Mann. Ziemlich fertig und ziemlich, ähm, ich hatte danach auch gar keinen Bock mehr zum Urologen zu gehen. Und, ähm, ja, ich hatte auch wirklich Angst, mir nochmal dieses Blödsinn zu geben. Mhm. Und dann war ich halt, das hört sich wahrscheinlich saudof an, aber ich war jetzt mit 22, war dann der Druck und die Zweifel halt so groß, dass ich halt nochmal beim Urologen im Krankenhaus war. Ja, das heißt vor kurzem erst, du bist jetzt 22. Ja, ja, das war halt erst vor kurzem. Hast du denn nochmal zwischendurch gefragt, also bis du jetzt nochmal zum Urologen gegangen bist, äh, keine sexuellen Erfahrungen gemacht? Was heißt keine, also... Also du hast mit keiner Frau geschlafen? Nein. Weil es einfach auch nicht geht, weil es einfach nicht, finde ich, aufgrund der Verkrümmung und es geht irgendwie nicht? Nee, nee. Weil du musstest es halt so vorstellen, bei so einem Verkrümmungsgrad würde der abknicken. Weißt du, kannst du das vorstellen? Ja, ich ahne es so. Ich ahne, dass es kompliziert ist. So, erzähl mal weiter. Ja. Dann bist du wieder zum Urologen gegangen. Genau. Was hat jetzt der Urologen gemacht im Krankenhaus? Und der sagte mir dann, ja, ich sollte mal Bilder mitbringen. Mhm. Und bin ich halt wieder nach Hause, hab einen neuen Termin gekriegt und dann hab ich ihm halt die Bilder gezeigt. Und der hat mir dann gesagt, dass der Krümmungswinkel halt schon ziemlich stark ausgeprägt gewesen ist. Weil eine leichte Krümmung ist ja nicht so schlimm. Hat dann aber auch gleich gesagt, dass man das halt durch eine OP machen könnte. Ah ja. Ah ja. Na immerhin. Ja. Hast du es schon machen lassen? Ja, die habe ich schon machen lassen. Ach, du hast es schon machen lassen? Ja. Ja. Die habe ich schon machen lassen. Was, wo schneiden die da am Penis auf? Ja, es gibt da halt, also direkt oben, ja, wie soll ich das erklären? An der Eichel? Nee, am Penis Schaft halt. Ja, ja. Da wird halt ein Schnitt von oben bis unten gemacht. Uh. Da wird die Haut halt zur Seite gezogen. Uh. Und da gibt es halt zwei Verfahren. Da gibt es halt einmal Nespit, das ist das, wie es bei mir gemacht wurde. Da wird halt diese längere Haut gekürzt und dann vernäht. Was mich aber am meisten interessiert ist, hat es genutzt? Hat es was gebracht? Ja, das ist es ja im Moment. Das Problem ist, dass es halt ziemlich selten ist. Uh-huh. Der ist eigentlich gerade. Das ist schon mal gut. Ja. Er ist gerade, aber geht der auch nach oben oder immer noch mehr nach vorne oder nach unten? Nee, der geht auch noch, also der geht nach oben und ist auch gerade. Der ist doch perfekt. Ja, das Problem ist halt, an der Stelle, wo die Haut weggeschwitten wurde, gibt es jetzt eine Mulde. Ja. Und genau an der gegenüberliegenden Seite, also an den unteren Schwellkörpern, der zu kurz war. Das spannt es sehr, weil der ja vorher zu kurz war und der andere zu lang. Hm. Ist das sehr hinderlich? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, deswegen frage ich das. Ja, also ich kann es jetzt halt auch noch nicht so gut beurteilen. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen früh. Ja. Zwei Monate, das muss sich vielleicht auch erstmal regenerieren und anpassen und das Gewebe vielleicht ein bisschen dehnen. Ich weiß nicht. Das hoffe ich auch, weil das Problem ist halt, diese Nähte, die müssen natürlich auch starke Belastungen aushalten, wenn jetzt eine Erektion kommen sollte. Und da muss halt spezielles Nahtmaterial benutzt werden, was auch erst sich nach ein paar Monaten auflöst. Die Nähte spüre ich noch, die habe ich noch. Hat denn der Urologe, der dich operiert hat, hat der dir das nicht so richtig erklärt, nach dem Motto, warten Sie mal erst ein paar Monate, mehrere Monate und dann wird sich das mal geben? Ja, also ich bin dann auch noch danach zu ihm gegangen und habe dann halt gesagt, ich hätte da eine Mulde und da würde es ziehen. Und da sagt er zu mir, ja, ich dürfte da jetzt nicht mit dem Lineal dran gehen und die Hauptsache wäre, dass er jetzt gerade wäre und das mit den Schmerzen, ja, das könnte er sich irgendwie nicht erklären. Und ja, und ich weiß nicht, ich bin... Nun bin ich natürlich kein ausgebildeter Urologe, ist dir klar. Nein, 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 nein. Ich wollte halt nur wissen, ob es vielleicht Zuhörer gibt, die sich damit, die vielleicht auch so etwas haben, weil es... Also Penis, die extreme Penisverkommungen hatten, sich operieren haben lassen und ihr vielleicht irgendwie in Kontakt treten könntet, zwecks Informationsaustausch und so weiter. Ja, genau. Ja, okay, also Jungs, wenn ihr sowas habt machen lassen, dann meldet uns mal unter domian.wdr.de, wir geben uns an Martin weiter. Im Prinzip, Martin, hört sich die Geschichte ja doch ganz gut an, weil die Operation geglückt ist. Ja. Das beste Stück ist jetzt so geformt, wie es sein soll. Genau. Könnten wir ja hoffen, dass wenn noch ein paar Monate vergehen, dass sich das schon irgendwie angleicht. Aber ich kann deine Sorge verstehen, dass man dann auch jetzt denkt, du bist jetzt vom Regen in die Traufe gekommen. Ja, vor allem, ich will auch irgendwo anderen Leuten Mut machen, weil ich habe, der Urologe hatte halt zu mir gesagt, dass die meisten Leute erst in dem Alter, wo ich halt auch mit 22, 22 zu ihm komme, weil vorher einfach die Scham... Ja, das glaube ich, viel zu hoch ist. Ja. Das heißt, wenn das jetzt funktioniert, alles, was ich dir sehr gönne, wenn es vielleicht in den paar Monaten richtig funktioniert, muss das doch für dich eine gigantische Sache sein, zum ersten Mal dann entspannt auch mit einer Frau schlafen zu können. Ja, natürlich, weil ich meine, ich bin vorher die ganze Zeit mit dem Wissen eigentlich durchgehend gelaufen, dass es eigentlich nie so funktionieren kann. Aber ich habe halt irgendwie, das ging nicht. Bist du denn im Moment irgendwie verknallt in eine Frau oder ist alles noch offen? Im Moment ist alles offen. Also, naja gut, nicht alles auf einmal jetzt. Also Martin, wir machen das so, wenn sich jemand zwecks Informationsaustausch bei uns melden möchte, bitte unter domian.r.de, wir geben es an dich weiter. Ich bin so von dem, was du mir erzählst, eigentlich doch ganz optimistisch, dass es gut läuft, aber dennoch wünsche ich dir ein paar gute Gesprächspartner. Ja. Und überhaupt gute Besserung und dass das dann richtig mal losgeht mit dem Sex bei dir. Ja. Alles Gute. Nochmal vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. Das war Martin und von Martin geht es jetzt rüber zu Alexander und Alexander ist 23. Hallo. Hallihallo. Hallihallo. Alexander, was ist denn dein Thema? Mein Thema ist ganz einfach ein Problem mit meiner Beziehung mit meiner Freundin. Mhm. Ich bin 23. Ja. Meine Freundin ist 27 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Freundin Prüde ist. Ach. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wir sind jetzt anderthalb Jahre zusammen. Ja. Da kann man das schon beurteilen. Was heißt Prüde für dich? Für mich heißt das ganz einfach das. Und zwar, sie kommt zum einen nicht auf mich zu für die Sexualität. Das heißt, von dir muss immer die Initiative ausgehen? Das ist Punkt 1. Du musst immer baggern? Ja. Und dazu kommt noch, dass sie, wenn sie dann mit mir schläft, keinerlei richtige Reaktion darauf zeigt, was wir machen. Das heißt, böse ausgedrückt, sie liegt da wie ein Bügelbrett? So kann man es sagen, ja. Entweder sie liegt unter mir wie ein Bügelbrett oder sie sitzt halt auf mir wie ein Pferd. So. Und lässt es halt über sich ergehen. Sie lässt es über sich ergehen. Heißt das, du hast den Eindruck, dass sie keinen Spaß dabei hat? Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen glaubt, dass das halt eines der Übel ist in einer Beziehung. Wie war denn das früher? Erzählt sie so von ihren anderen Beziehungen? Sie erzählt nicht wirklich viel über die anderen Beziehungen. Sie hat auch noch nicht sehr viele gehabt, so wie sie mir gesagt hat. Das, was sie erlebt hat, waren eher, würde ich sagen, Lappalien. Etwas krass von dem Kerl vielleicht, von wegen, er setzt sich jetzt ins Wohnzimmer, guckt sich einen Porn an und sie soll mal in den Schlafzimmer gehen schlafen. Also noch nicht tolle sexuelle Erfahrungen gemacht. Nicht wirklich. Redest du denn mit ihr darüber und sagst, dass du da sehr unzufrieden bist und fragst sie, was los ist? Ich habe es mehrmals versucht und jedes Mal versucht, sie von dem Thema abzuweichen oder ihr fangen an, die Tränen zu laufen. Das ist also eine recht verzwickte Situation. Das ist aber schon, Moment mal, das ist aber schon ein merkwürdiges Signal. Es laufen ihr die Tränen. Warum laufen ihr die Tränen? Ja, sie sagt halt immer, sie würde mich so sehr lieben, sie hätte Angst, dass sie mich verliert. Ja. Und für mich ist es einfach unbegreiflich, weil ich habe bisher drei oder vier andere Beziehungen gehabt mit anderen Frauen, auch längerfristig. Eine davon sind fünf Jahre mit einer acht Jahre älteren Frau. Und da war die Sexualität sehr ausgewogen. Ich drücke es mal so aus. Okay, du kannst das natürlich nicht von einem Menschen auf den anderen vergleichen. Und Sexualität ist nun sowas Irrationales und Subjektives, dass man da unter Umständen sehr große Schwierigkeiten hat, Dinge zu verstehen. Ja. Redet ihr denn über Sexualität oder ist das eher auch so ein Tabuthema? Also ich habe keine Probleme, mich damit in irgendeiner Form zu unterhalten. Weder mit ihr noch mit anderen Bekannten von mir auch. Hast du sie schon mal gefragt, ob sie jetzt in eurer Beziehung oder vorher auch, ob sie sich selbst befriedigt? Hat sie nie gemacht. Hat sie nie gemacht. Hast du sie gefragt, warum sie das nie gemacht hat? Oder warum sie es nicht tut? Gefragt habe ich sie nicht, aber sie wollte darüber auch nicht großartig reden. Hat sie in diesen anderthalb Jahren, in denen ihr zusammen seid, mal einmal einen Orgasmus gehabt? Das weiß ich nicht. Hat sie überhaupt in ihrem Leben schon mal einen Orgasmus gehabt? Ich weiß es nicht. Fragst du sie nicht intensiv danach? Nein. Warum nicht? Das ist deine Freundin. Ich habe sie mal darauf angesprochen gehabt, weil... Meistens sind die sexuellen Aktivitäten nach einer Viertelstunde bis halbe Stunde beendet. Ja. So und da habe ich sie mal gefragt, ob sie das nicht irgendwie... ob ihr das überhaupt was bringt oder sonst irgendwas. Dann hat sie gemeint, doch, das würde ihr voll und ganz reichen. Gut, aber das war das Gespräch dann schon. Ja, weil sie wollte sich darüber auch gar nicht großartig äußern. Also, es klingt wirklich so, Alexander, als hätte deine Freundin... die macht das ja nicht aus Bosheit, aus Sturheit. Das heißt, deine Freundin hat da ein ernsthaftes Problem mit. Ich habe auch schon die Vermutung angestellt, dass er eventuell mal vergewaltigt worden ist. Vielleicht. Oder andere schlechte Erfahrungen. Vielleicht. Es ist alles möglich. Deswegen wäre es natürlich sehr gut, wenn deine Freundin, wenn ihr so weit offen sprechen könntet, dass deine Freundin sich da Hilfe holt von außen. Ja gut, das haben wir schon probiert mit einer Bekannten von ihr, mit der ich auch sehr gut klarkomme. Und das Einzige, was sie halt immer sagt, für sie hat die Sexualität keine Priorität. Ja, also ich meine jetzt nicht eine Bekannte. Ich meine, es ist schon eine Stufe professioneller. Wenn... Also ich prognostiziere mal. Wenn da nichts Gravierendes geschieht, wird eure Beziehung nicht mehr so sehr lange halten. Denn das ist natürlich ein zunehmender Frustfaktor. der da bei dir sich aufbaut. Ich habe die Möglichkeit, meinen Frust andersweilig abzulassen. Jetzt nicht bei einer anderen Frau, sondern ich ornaniere halt des Öfteren dann. Gut, aber das ist natürlich auch keine, sagen wir mal, eine Grundlage für eine Perspektive der nächsten zehn Jahre. Nicht wirklich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass je länger ihr zusammen seid, es noch unangenehmer für sie ist, sich dem zu ergeben, das über sich ergehen zu lassen, sage ich jetzt mal so. Ja gut, wenn sie mir endlich sagen würde. So, jetzt mach doch mal Folgendes. Mach ihr doch mal wirklich klar, ohne sie unter Druck zu setzen, ohne sie in die Ecke zu drängen, dass das wirklich ein ernsthaftes Problem für dich ist. Und du Angst hast um die Beziehung. Und lege ihr doch einfach mal nahe, ob sie nicht bereit ist, sich mal in eine Beratungsstelle zu begeben, eine Sexualberatung, eine Partnerberatung, aber wo sie alleine erstmal hingeht. Weil ich habe schon die Vermutung, dass da was Gravierendes im Hintergrund ist bei ihr. Und da hilft dann vielleicht unter Umständen auch nicht die beste Freundin, da müsste dann schon ein Fachmann ran. Das würde ich dir empfehlen, dass du ihr das einfach klar machst, dass da eine große Unzufriedenheit da ist. Und du möchtest ja auch, dass sie auch Spaß hat. Das ist ja auch grauselig, wenn man sich vorstellt, gut, da ist jemand, der macht es so für einen, aber letztendlich selbst hat er keinen Spaß daran. Ja, ich hatte sie auch schon mal darauf angesprochen gehabt, ob sie irgendwelche Vorlieben hat, was sie besonders mag oder was. Wie gesagt, sie lässt das Thema nicht an sich ran. Mach ihr klar, dass das eine sehr große Wichtigkeit für dich hat. Und frag sie, ob sie zum Beispiel auch bereit wäre, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, ich habe das gerade so zur Seite geschoben, aber warum nicht, dass ihr zusammen mal zu einer Beratungsstelle geht. Daraus kann dann ja wieder was Neues noch folgen für sie alleine. Damit hätte ich an sich kein Problem. Ja, und dann frag ich sie, ob sie damit ein Problem hätte. Sie kann ja auch nichts verlieren. Sag ja einfach, es liegt dir an der Beziehung. Es liegt dir auch daran, dass die Liebe wirklich bestehen bleibt und dass sie nicht verletzt wird. Und dann muss sie schon auch etwas tun und etwas machen und es nicht einfach so weiterlaufen lassen. Ich gebe dir jetzt mal meinen Psychologen, der kann dir noch die eine oder andere Beratungsstelle in deiner Gegend geben, die Adresse, und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das macht. Ja, Alexander, sollen wir so verbleiben? Legst du auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay, danke dir. Alles Gute, tschüss. Hier ist Jennifer. Hallo Jennifer, 20 Jahre. Ja, hallo Domea. Hallo Jennifer. Ja, ich bin also schon ganz aufgeregt und muss auch ganz viel weinen. Du musst weinen? Ja. Aber nicht, weil du aufgeregt bist? Nein, also mir geht es ganz, ganz schlecht. Ich habe meinen Ex-Freund heute Morgen rausgeworfen. Wir waren jetzt vier Jahre zusammen. Es war keine einfache Beziehung. Also er ist mir freimut gegangen. Er hatte ein Alkoholproblem. Ja. Er hat auch Drogen genommen. Er hat mich geschlagen. Ja. Ihr habt zusammen gewohnt? Ja. Also bezogenermaßen irgendwo mehr oder weniger. Ich wollte es teilweise gar nicht, aber ich konnte ihn auch nie irgendwo rausschmeißen, egal was er mir angetan hat. Aber das ist deine Wohnung und du konntest ihn dann heute auch rausschmeißen. Das ist nicht eure gemeinsame Wohnung. Ja. Sie hatte heute die Kraft und im Nachhinein bereue ich es wieder. Ich habe wieder Angst, dass ich ihm vielleicht zu sehr weh getan habe. Du musstest ja richtig eskaliert sein. Gestern, die letzten Tage oder heute Morgen. Was ist vorgefallen? Ja, das war die letzte Nacht. Also er schläft die letzten Nächte nicht mehr viel und läuft durch die Wohnung. Und mich macht das einfach einfach nervös. Ich kann dann auch nicht mehr schlafen und ich habe auch einen kleinen Sohn, der ist viereinhalb Jahre. Ist das euer Sohn? Nein, der ist also von einem anderen Mann. Er war aber ein halbes Jahr alt, der Kleine. Da habe ich den Kevin kennengelernt. Warum läuft dein Ex-Freund oder warum lief er nachts durch die Wohnung? Er konnte nachts nicht schlafen. Woran liegt das? Er hat ja die Zeit sehr, sehr viel gekiffst. Und er war auch im Krankenhaus deswegen und das hat auch alles ganz gut geklappt. Er hat auch die Tabletten hier genommen, also er litt auch unter Verfolgungswahn. Und das hat auch ganz toll geklappt. Aber ja, ich weiß nicht, er konnte anscheinend diese Tabletten nicht schlafen. Und ich habe das auch irgendwo eine Zeit lang verstanden, versucht auch zu akzeptieren, obwohl mir das auch nicht leicht fiel. Und jetzt mein Sohn sollte eben heute auch wiederkommen und ich wollte für ihn einfach fit sein, weil er die letzten Nächte auch schon nicht so geschlafen hat. Und wir hatten uns geeinigt, das uns zu suchen hinzulegen und naja, er konnte halt eben auch wieder nicht schlafen. Und ich wurde dann wieder ganz oft wach in der Nacht und um zehn nach drei bin ich dann einfach explodiert. Ich habe gesagt, Kevin, mir reicht das jetzt, ich kann nicht mehr, du machst mich fertig, du lässt mich nicht mehr schlafen, du rennst ständig hier rein. Und ich sagte, dann leh die doch ins Wohnzimmer, wenn du nicht schlafen kannst. Und also er ging dann gar nicht irgendwie auf mich ein. Er sagte dann, ja, du verstehst mich ja auch nicht. Und ja, ich habe dann zu ihm gesagt, ja, dann heute schmeiße ich dich raus. Und ja, dann hat er sich wieder hingelegt und gesagt, ja, du schmeißt mich eh nicht raus und hat dann gelacht. Und das war so der Punkt, der mir so unheimlich weht hat, der mich immer ausgenutzt hat. Nun ist das, ich glaube mal, dass dieses Hin- und Herlaufen heute Nacht, das klingt so ein bisschen nach La Paglie. Das war wahrscheinlich nur der I-Punkt auf all das, was passiert ist. Genau. Und deine Nerven liegen blank. Ich kann nicht mehr. Du hast vorhin so gesagt, er hatte auch ein Alkoholproblem. Ja, ja, also er hat ungefähr ein Dreivierteljahr ganz extrem getrunken, war deswegen auch in der Therapie. Hat die Therapie auch überstanden, er ist mir in dieser Therapie aber fremdgegangen. Ist mir vorher auch schon mal fremdgegangen, aber in dieser Therapie war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt, ich vertraue ihm. Ich zähle nochmal auf, also da ist ein Alkoholproblem, da ist ein Rauschgiftproblem. Ja. Ausschließlich und nur mit Cannabis oder auch mit härteren Sachen. Ab und zu auch mit härteren, es ist nicht so, dass er jetzt ständig abhängig ist. Aber er kifft sich auch gern ein oder wir auch ab und zu zusammen. Das ist jetzt auch die letzte Zeit eben ganz extrem. Es ist komisch, wenn er da war, musste ich mit rauchen. Aber wenn er weg ist, dann brauche ich es nicht. Und er hat dich geschlagen. Ja, das brauche ich jetzt die letzte Zeit nicht mehr. Also er hat wirklich schon immer wieder ein Stückchen weit versucht, sich Mühe zu geben. Das Alkoholproblem ist weg. Er hat eine Zeit lang sich auch auf andere Frauenunterwäsche selbst befriedigt und vor anderen Fenstern gestanden. Mit anderen Frauenunterwäsche? Ja. Wie ist dann die gekommen? Ja, er hat als Dachdecker gearbeitet und ist da halt eben auch einmal rein. Bitte? Ich habe mich verstanden. Er hat als Dachdecker mal gearbeitet. Und hat die da geklaut oder was? Genau, genau. Das ist ja krass. Da muss man also Vorsicht bei jedem Dachdecker, ne? Ja, es gibt viele solche. Die Unterhosen nicht klauen. Ja, also er hat im richtigen ganzen Stapel Unterwäsche. Also es war nicht nur ein Teil, es waren vier oder fünf BHs und auch das gleiche Unterwäsche. Und du sagst, dass er auch fremdgegangen ist? Ja. Auch irgendeine Frau, die er beim Dachdecken durchs Fenster gesehen hat? Nee, also er hat mehrmals, mehrmals war er eben hinterrücks fremdgegangen, wo ich davon nichts wusste. Oder halt eben bewusst auch vor meinen Augen. Ich lag im Krankenhaus, da war ich mal überlegen, ob er meine beste Freundin zu sich rufen soll, ob die nicht mal eben, also sie hat ihn angerufen, das lief auf ihrer Basis. Aber allein, dass er daran überlegt, das kann ich nicht verstehen. Wie oft ist er dir fremdgegangen? Also sexuell weiß ich insgesamt dreimal. Dreimal. Die Frauen kennst du aber nicht, mit denen er das gemacht hat? Doch, ich kenne sie alle. Du kennst sie alle? Ja. Also dieser Erste hat er in der Therapie kennengelernt. Und da war für mich eigentlich der Punkt, er hat mir von einem Streit erzählt, den wir beiden hatten. Ja. Und da war für mich eigentlich der Punkt, wo ich sagte, Mensch Jenny, jetzt fang ihr an zu vertrauen. Er braucht das Vertrauen, er ist da alleine und selbst wenn er so eine Frau ist, er braucht es jetzt. Ja, und mit dieser Frau sind wir eben fremdgegangen. Einmal nur. Über den Zeitraum eben in dieser Therapie. Ah ja. Und dann haben sie sich halt ein halbes Jahr später noch einmal getroffen und er hat aber ständig die Nummer behalten. Und wenn die sich dann am Essen-Hauptbahnhof hier getroffen haben, dann haben sie sich auch unterhalten, dann war das dann egal. Was war da an diesen Frauen, mit denen er fremdgegangen ist, für dich das besonders Verletzende? Das Verletzende war eben, diese erste Frau, ich weiß nicht, ich war auch immer neugierig, ich wollte mal irgendwo alles wissen in meiner Wut. Und andersrum hat er ja auch, wenn er wütend war, dann gesagt, ja und die guckte das so toll und das so toll. Und ich habe dann eben auch selbst Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Also waren das Frauen, die sexuell toller darauf waren als du angeblich? Ja, genau. Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich diese Vorlieben auch mag, die diese Frauen auch mögen, aber ich kann das eben nur mit einem Partner machen, wo ich mich ganz fallen lassen kann. Wie alt ist dein Freund? 24. 24. Und der ist so mit gleicher Alterung fremdgegangen? Die erste, ja. Die zweite war 41 und die letzte war 80. Wie bitte? Ja, 80. Wie bitte, die war 80 Jahre alt? Ja, die Dame hat auch Alzheimer und ist auch sehr rund. Das erzählst du mir so beiläufig, er ist 24 Jahre und er ist mit der 81-jährigen Frau fremdgegangen? Ja, ich weiß, mir kann das auch keiner mehr glauben und ich weiß auch eigentlich nicht mehr, was ich von diesem Mann will, aber irgendwo weine ich um ihn. Wie ist das denn dazu gekommen, dass er mit einem so extremen Altersunterschied, was war denn da los? Ja, es war eben, er hatte auch eine eigene Wohnung im Zeitraum, aber die war eben nicht ganz fertig. Also wir hatten nie wirklich viel Geld und dann hat er eigentlich immer mehr bei mir gewohnt und die Wohnung war eigentlich immer nur so ein Notstopfen. Und er hatte auch wieder Alkohol getrunken, wir hatten uns wieder gestritten, sagte er, und er ist auch in seiner Wohnung. Ja, und sie hat ihn wohl angesprochen, hör mal, möchtest du wohl mit mir? Ja, und er war wohl so betrunken und voll auf Frust und dann hat er wohl auch einmal mit dir geschlafen. Und dann wollte sie ihm wohl einen entblasen und das fand er so eklig, dass er dann gegangen ist. Und dann hat er mir auch erzählt, also das hat er mir jetzt vor kurzem alles erst erzählt, fast alles. Zum Teil wusste ich vorher, aber fast alles hat er mir jetzt erst erzählt. Und er hat mir auch vorher erzählt, dass diese Frau immer abends hochgekommen ist und dann auch die Brust vor der Tür gezeigt hat. Und ich habe mir mal gedacht, sie macht das wirklich, weil sie krank ist. Und heute ist mir bewusst geworden, dass sie eigentlich immer wieder Sex von ihm wollte. Ja, ich meine, es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, wenn eine 80-jährige Frau Sex haben will. Nur der Altersunterschied ist ein bisschen krass, 24 und 80, ist schon ein bisschen bizarrer, sagen wir mal so. Ja, also ich meine, ich fände es auch nicht schlimm, wenn er eine Vorliebe für ältere Frauen hätte und ich fände es auch nicht schlimm, wenn er die Vorliebe hätte, die selbst zufriedigen, wenn er andere Frauen sieht. Aber ich kann es einfach in meiner Beziehung nicht vereinbaren. So, jetzt haben wir ganz viel gehört von dir. Auch, dass du ziemlich gekränkt und sauer bist und traurig bist und heute hast du ihn rausgeschmissen. Heute hattest du die Faxen endgültig dicke. Ja, aber wiederum könnte ich ihn in ein paar Tagen unheimlich gern wieder reinlassen. Jetzt würde ich mal Folgendes sagen, Jennifer, das hat jetzt vier Jahre, ging das jetzt so, ne? Ja. Es ging vier Jahre hin und her, kann man das so sagen? Ja, immer wieder. Gab es überhaupt am Anfang mal eine Zeit, wo es schön war, wo es ruhig war? Ja, das schon, wir hatten also wunderschöne Zeiten. Wie lange ungefähr am Anfang? Der Anfang war ein halbes Jahr. Na gut, also das heißt dreieinhalb Jahre Stress. Ja, es waren zwischendurch mal drei Monate, die gut waren. Okay, also mit Unterbrechungen, die gibt es ja immer wieder bei solchen problematischen Beziehungen, aber letztendlich dreieinhalb Jahre Stress. Jetzt finde ich schon mal erstmal eine gute Leistung, dass du ihn rausgeschmissen hast. Und ich merke, dass du labil bist, was auch verständlich ist nach so einem Akt. Umso größer ist die Leistung. Ich finde es gut, dass du es gemacht hast, Jennifer. Und dass du heute hin und her gerissen bist und vielleicht auch das bereust oder ein schlechtes Gewissen hast oder denkst, ich habe den ja noch so lieb und so, ist auch völlig normal am ersten Tag. Jetzt warte erstmal ab. Lass mal eine Woche vergehen, lass mal zwei Wochen vergehen, lass mal auch einen Monat vergehen. Dann wirst du dich etwas beruhigen, kriegst auch etwas mehr Abstand zu der ganzen Sache und kannst dich auch besser beurteilen, ob das gut war. Und besteh ja auch darauf, nicht wenn er morgen jetzt wieder angequagt kommt und sagt, ach lass mich doch bitte, bitte, bitte. Dann sagst du, nein, ich brauche erstmal ein bisschen Zeit. Vielleicht nach fünf Wochen, nach sechs Wochen sagst du, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Das habe ich ihm heute auch schon am Telefon gesagt. Meine Eltern, die haben mir also angeboten, die haben mal so einen Wohnwagen in Holland, dass ich also gerne auch mitfahren kann, zwei Tage. Und auch meine Freundin wird mich morgen holen und kommt, die wohnt auch in einer anderen Stadt. Und ich habe einfach jetzt das Gefühl, ich denke immer, wenn ich jetzt da bin, dann steht er vielleicht hier, dann macht er sich den Weg umsonst. Dann tut er mir wieder leid, ich habe dann Mitleid mit ihm. Aber ich weiß nicht warum. Ist ja auch egal, muss man ja auch nicht immer wissen warum. Ist doch auch klar, ihr wart lange zusammen und da entstehen ja auch Herzensverbindungen und so weiter. Jetzt sei du, ich sage es nochmal, ich finde gut, dass du es gemacht hast. Und ich rate dir dringend, zieh es jetzt auch eine Weile durch. Kipp jetzt bloß nicht um in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen. Lass es ruhig mal ein paar Wochen so laufen auf Distanz. Also soll ich auch sagen, selbst wenn ich mitbekomme, dass er wieder in die Drogenszene abrutscht oder mit anderen Frauen schläft, dann soll ich sagen, mach, geh. Ja, bitte, mach es, mach es. Du kannst, letztendlich kannst du ihn sowieso nicht aus seiner Drogenproblematik rausholen. Das weiß ich ja. Das muss er selbst kapieren. Und wenn er jetzt schon wieder mit anderen Frauen rummacht, dann soll er was machen. Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Weißt du, der soll eine Chance kriegen, wenn er sich wirklich verändert. Ja. Und dafür braucht es Zeit. Das muss er richtig erstmal beweisen. Das muss auch mehrere Monate dauern. Dann kannst du sagen, eventuell, aber jetzt, jetzt, Tür zu. Also eben, der hat mir ja heute fast eben schon wieder bewiesen. Ich habe mit ihm telefoniert, aber morgen hat er eben versucht, mich noch zu erreichen. Da haben meine Eltern eben gesagt, ist nicht. Und dann hat er mich eben nochmal angerufen. Da bin ich aber wieder ans Handy gegangen. Ich konnte einfach wieder nicht Nein sagen. Aber jetzt kannst du Nein sagen. Ja, und er hat gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich. Und ich habe ihm das wieder alles geglaubt. Ich habe gesagt, ich melde mich nochmal. Und ich dachte wirklich, er leidet vielleicht auch so und weint vielleicht. Und ich habe ihn angerufen. Lass ihn weinen. Lass ihn weinen. Lass ihn weinen. Der weint auch dann irgendwann nicht mehr. Nee, und das war ja, er hat ja nicht geweint. Er hat gelacht und sagt, er wäre bei einem Kollegen. Aber er hat das so gesagt, wie ich ihn mittlerweile kenne, dass ich weiß, da läuft irgendwas schief. So, Jennifer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Du machst einen Strich drunter erstmal. Okay. Und bist tapfer und eisern. Okay? Okay. Und dafür wünsche ich dir viel Kraft und Erfolg. Danke. Also du meinst, ich soll auch einfach mitfahren, wenn die sagen, komm. Mit deinen Eltern. Na klar, sicher. Klar. Dann soll ich vielleicht auch mich an die Hand nehmen lassen. Ja, gerne. Weil das fällt mir so schwer, mich einfach fallen zu lassen. Musst du, musst du. Wenn die Eltern sagen, wir fahren nach Holland, fahr mit nach Holland. Kann dir gar nichts Besseres passieren. Das Wetter ist schön, geh baden und lass es dir gut gehen. Also ich soll ihn hier vor der Tür stehen lassen und ihn das auch mal spülen, dass er mir das wehtut. Ja, genau so, ganz genau so. Und das tut gut zu hören. Liebe Jennifer, alles Liebe von Herzen. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Sonja, 24, 25, hallo. Hallo, du, Miriam. Jennifer, Jennifer, was red ich? Sonja, genau so, ne? Ja, genau. Sonja ist 25 Jahre alt. Erstmal ein Lob an deine Sendung. Dankeschön. Ja. Also, bei mir ist es so, dass meine Mutter hat Krebs. Das ist ein Krebs hinterm Auge. Der ist aber sehr selten. Den gibt es ungefähr nur 100 Mal so auf der Welt. Dadurch gibt es eben auch kaum Ärzte. Sie wurde zwar jetzt schon zweimal operiert. Und sie bekommt jetzt die nächste Bestrahlung. und dadurch wird sie auf jeden Fall blind auf dem einen Auge. Wie hat sich dieser Krebs denn bemerkbar gemacht? Das ist ja eine sehr versteckte Region. Ja, sie hatte irgendwie Schmerzen am Auge. Und dann ist sie zum Arzt gegangen. Und der hat das dann festgestellt. Ah ja, dann ist das gleich erkannt worden auf jeden Fall. Genau. Und bei der ersten Operation konnte man das auch noch nicht sehen, ob der eben bösartig ist. Ist das ein Tumor hinter dem Auge? Genau. Also der Augapfel ist gar nicht befallen, sondern es ist hinter dem Augapfel. Genau, dahinter. So, und dadurch ist das eben überhaupt sehr, sehr schwierig. Und es gibt auch kaum Ärzte, die das überhaupt eben machen wollen. Nur ist das eben auch so, dass sie hat sich betrunken ins Auto gesetzt und hat ihr Auto Schrott gefahren. So hat sie mir das auf jeden Fall gesagt. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Also sie versuchte sich das Leben zu nehmen. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus. Also noch mal eins von dem anderen. Es wurde diagnostiziert, dann gab es eine Operation. Zwei. Zwei Operationen. Und wann hat sie diesen Selbstmordversuch unternommen? Das war jetzt vor zwei, drei Tagen. Ah ja. Sie ist also völlig verzweifelt? Genau. Ja. Die Operationen haben nichts bewirkt? Ja, also nicht jetzt viel, kann man sagen. Hat man denn zumindest Teile des Tumors entfernen können? Also zuerst hat der Arzt einen Teil weggenommen. Dann ging sie zur Untersuchung nochmal. Dann stellte sich heraus, ein Zentimeter blieb übrig. Und da war sie schon sehr, sehr fertig, weil sie dachte, es wäre alles weg. Ah ja, das bedeutete dann auch, wir müssen nochmal ran. Genau so. Und er hat aber aufgehört, weil er wollte den Sehnerv nicht treffen. Er wollte das Auge noch retten. Dennoch hat man ein zweites Mal operiert? Das zweite Mal operiert. Und wie ist denn, das habe ich noch nicht richtig verstanden, kann sie denn noch etwas sehen auf dem Auge? Ja, noch ja. Noch ja. Durch die Strahlung, die sie eben bekommt, dadurch wird sie dann nach und nach blind. Also innerhalb von einem bis... Verstehe. Also sie ist ein zweites Mal operiert worden? Ja, in anderthalb Jahren. Sie ist ein zweites Mal operiert worden und danach gibt es jetzt noch eine Strahlentherapie. Genau. Und diese wiederum hat zur Folge, dass hoffentlich auch der letzte Krebs besiegt ist hinter dem Auge, aber das Augenlicht ist verloren. Genau. Ist das richtig? Habe ich es ruhig verstanden? Ja, genau, so ist es. Und das hat sie jetzt so in eine solche Verzweiflung getrieben, dass sie sich töten wollte? Genau, dass sie einfach fertig ist. Und ich hatte sie angerufen und dann hatte sie mir das nur so eben kurz erzählt. Und eigentlich ist das andersrum, wenn sie fertig ist, dass sie mich eigentlich anruft. Und das kannte ich zum Beispiel gar nicht. Und das jetzt weiß ich auch nicht mehr so. Ja, ich mache mir natürlich eben Sorgen. Diese Geschichte mit dem Auto, das ist auch passiert, ne? Das ist passiert, ja. Aber dass ihr nichts passiert? Also sie hat das nicht gesagt. Also ich schätze mal, wohl nicht. Jetzt hätte sie dich nicht anrufen können, wenn sie schwer verletzt gewesen wäre. Ja, ich hatte ja mit ihr telefoniert, eben als, nach dem Unfall. Ja eben, also muss sie da ganz gut rausgekommen sein. Wann war denn dieser Unfall? Nochmal bitte. Wann war denn der Unfall? Ja, jetzt erst vor zwei, drei Tagen war der. Ja, und wohnt ihr in der Nähe, ihr beiden? Ne, ich wohne in der Nähe von Dortmund und sie in der Nähe von Frankfurt. Ach so. Also 200 Kilometer. Hast du denn heute nochmal zum Beispiel mit ihr telefoniert? Ne, ich hatte heute versucht und ihr auch eine Nachricht geschrieben, alles. Aber sie möchte mit mir irgendwie nicht reden. Also ich schätze mal, dass sie vielleicht mit keinem Menschen irgendwie reden möchte. Also da ist ein Autounfall passiert, den sie selbst verursacht hat. Aber sie ist hoffentlich relativ unbeschadet da rausgekommen. Hoffen wir das mal, weil sie sonst nicht mit ihr hätte telefonieren können. Genau. So, das Problem ist, du stehst als Tochter jetzt da, meine Mama ist schwer krank und sie ist zudem auch noch seelisch sehr angeschlagen. Ja. Man kann zwar die Krankheit wahrscheinlich in den Griff kriegen, aber mit dem bitteren Nebeneffekt, dass sie auf einem Auge das Augenlicht verliert, ne, auf einem Auge. Mhm. Aber sie kommt damit nicht zurecht. Das ist das. Und ich kann auch nicht mal eben hin und sie in den Arm nehmen oder so. Gibt es denn niemanden da in der... Lebt dein Vater noch? Ja, der lebt... Also meine Eltern sind aber nicht mehr. Sind nicht zusammen? Nee, nicht mehr zusammen. Gibt es denn sonst jemanden in ihrer unmittelbaren Umgebung, zu dem du auch Kontakt hast, nahen Kontakt hast? Nee, eigentlich nicht, weil wir kommen alle aus Hamburg. Und ja... Es gibt also noch andere Kinder? Die einen wohnen in Frankfurt, die anderen in der Nähe von Dortmund. Ja, es gibt noch andere Geschwister? Ja, gibt es auch noch. Ja. Also die Grundfrage ist jetzt, wie kann ich meiner Mutter helfen, ne? Ja, das ist... Das ist die Grundfrage. Du sitzt hier in der Nähe von Dortmund und machst dir Sorgen, hast vielleicht auch ein schlechtes Gewissen und deine Mutter ist in großer Traurigkeit und Depression in der Nähe von Frankfurt. Ja, genau. Hat sie Freunde? Ja, hat sie. Das hat sie. Hast du da Kontakte? Ja, hat sie auch. Nee, hast du Kontakte zu denen? Nee, leider nicht. Also es gibt niemanden, wo du jetzt mal anrufen könntest und sagen, geht mal zu der Muttermutti. Nee, gar nicht irgendwie. Leider nicht. Also dann hätte ich schon auch jemand angerufen und auch gefragt. Ja, so. Nur ist übermorgen Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen. Mhm, genau. Da fährst du nach Frankfurt, ist ja klar. Ja, das könnte ich machen. Ja, Alter, hör mal. Da zögerst du noch? Wie bitte? Da zögerst du noch? Nee, das nicht. Nein, also ich wollte eigentlich ja am liebsten gestern schon fahren. Klar, aber ich meine, du bist berufstätig, davon gehe ich aus. Ja. Kann man natürlich nicht sagen. Aber das ist ja eine gute Gelegenheit, Donnerstag hinzufahren. Dann vielleicht auch mit ihr gemeinsam zu reden. Ist sie eine Frau, mit der man so reden kann oder macht sie eher dicht? Also eigentlich kann man mit ihr reden. So, dann musst du versuchen, ihr nahe zu bringen. Dass sie sich in Frankfurt, und da kannst du ja auch versuchen, irgendwie zumindest telefonisch zu helfen, dass sie sich da eine Hilfe sucht. Mhm. Eine professionelle Hilfe, wenn sie nicht mit dem Schicksal, das sie nun mal hat im Moment, wenn sie damit nicht zu Rande kommt. Ja. Wir können dir gleich gerne noch ein bisschen behilflich sein und dir auch noch in der Umgebung von deiner Mutter noch ein paar Adressen und Telefonnummern geben, damit du schon mal ein bisschen was hast und ihr das vielleicht auch geben kannst, wenn du Donnerstag hinfährst. Ja, das wäre lieb. Also es ist ja wichtig, erst mal so eine erste Hilfe zu leisten, dass deine Mutter vielleicht schon am Freitag oder noch diese Woche irgendwo hingehen kann und einfach so im Groben aufgefangen wird. Ja. Und dass jemand da ist, ein Ansprechpartner, der ihr hilft, mit ihrem Schicksal umzugehen. Dass sie vielleicht auch eine Selbsthilfegruppe findet in Frankfurt von ähnlich betroffenen Menschen und so weiter. Es ist ja gut, dass sie in so einer großen Stadt wohnt oder in der Nähe einer solchen großen Stadt. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, wo man ihr wirklich helfen kann. Sonja, wir machen das so. Du legst auf, mein Psychologe ruft dich an und versorgt dich noch mit den Adressen. Du fährst Donnerstag runter. Gut, das mache ich. Und hoffen wir, dass die Mama wieder ein bisschen stabiler wird. Ich hoffe auch. Ja, alles Gute. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und hier ist ein Mensch mit einem ungewöhnlichen Namen, den ich so gar nicht kenne. Der heißt nämlich Driton. Hallo? Ja, schönen guten Namen. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Driton. Driton. Woher kommt der denn, der Name? Aus Albanien. Aus Albanien. Richtig. Ein albanischer Name. Driton. Richtig, ganz genau. 24 Jahre alt bist du. Ganz genau. Um was geht es dir, Driton? Ich rufe an, weil ich eine Krankheit habe, Axiale Hyperhidrose. Aha, kenne ich nicht. Erklär mal, was das für eine Krankheit ist. Das ist so eine Krankheit, man schwitzt unter den Armen richtig viel. Also mehr als für normale Menschen. Richtig, ganz genau. Das sieht sich aus, zum Beispiel wenn ich jetzt im Urlaub fahre oder auch so normal fahre, ich mache die Klimaanlage im Auto an und einfach nur mit Muskelschirt oder so. Also dann schwitzt man richtig viel. Schwitzt du auch in Situationen, wo es eigentlich gar nichts zu schwitzen gibt? Ja, ganz genau. Wenn ich jetzt im Kino bin. Da ist es kühl, da ist eine Klimaanlage. Ganz genau. Aber trotzdem, ich schwitze sehrermaßen. Du schwitzt wie ein Tier. Ganz genau. Heute war ja auch ein schönes Wetter gewesen. Ja, das muss ja für dich der Hölle sein heute, so was. Ganz genau. Heute habe ich ja mindestens fünf T-Shirts geweckt. Schwitzt man dann nur ganz extrem unter den Armen? Ja, nur unter den Armen. Das ist sonst nirgendwo. Und das ist wirklich eine Krankheit, als Krankheit beschrieben? Ja, ganz genau. Weil ich habe das vor einem Jahr erst erfahren, dass das eine Krankheit ist. Im Fernsehen habe ich das gesehen. Ja. Und da wurde eine Reportage über eine Frau gemacht. Ja. Und die hatte nämlich auch gehabt. Ah ja. Kann man da was gegen machen? Kann man da irgendwas einsprühen? Ja, ich habe jetzt im Internet, also ich habe alles versucht mit 24 Stunden, Deos und Hecnericksona und Dufogal, alles mögliche. Ja. Aber da kann man nichts gegen machen, nur eine Operation. Da wird das, die Schweißgrüsen werden abgesaugt. Ach so. Und da haben die erzählt, also ich habe im Internet nochmal richtig nachgesucht und so, da werden die abgesaugt und dann soll da kein mehr, also soll da nicht mehr hervorkommen. Aber das hat natürlich ein richtiger großer Eingriff, vermute ich mal mit Vollnarkose. Ne, ne, das ist der Eingriff von eine halbe Stunde bis eine Stunde. Ach so, ach so, ach so. Also das ist eine örtliche Betäubung, irgendwie haben die draufgeschrieben. Das heißt also... Also das sollt jetzt aber zwischen 1.800 und 2.000 Euro. Ah so, also. Das ist also richtig... Das heißt, man kann das machen, aber es kostet richtig Kohle. Das heißt, du musst jetzt für dich abwägen, spare ich darauf oder lebe ich einfach damit? Ich habe mir eigentlich so gedacht, dass ich irgendwie... Weil man lässt ja auch... Das hört man ja auch immer im Ausland, zum Beispiel in Polen oder so, dass wir irgendwie Brust-Implattate oder so irgendwie vergrößern. Vielleicht machen die ja auch da hinten irgendwie... Ja, würde ich nicht machen. Ne, würde ich nicht machen. Ich werde ja äußerst skeptisch. Ich würde das nicht im Ausland machen lassen. Und wenn dann nur, nachdem ich das 150 Mal recherchiert habe, ob das noch auch in Ordnung ist. Es gibt so viele schlimme Geschichten, wo jemand nur das Geld deswegen, das im Ausland hat machen lassen. Im osteuropäischen Ausland. In der Schweiz kannst du es ja machen lassen. Aber das ist genauso teuer wie hier. Und hinterher ist dann übel bereuen. Also ich würde mich erst mal gut beraten lassen von einem Arzt hier in Deutschland, was auch passieren kann dabei, was die Risiken sind. Also erst mal, Informationen sind mir das Allerwichtigste. Ich habe ja schon bei meiner Krankenkasse nachgefragt und die sagten, die geben also nichts dazu. Ja, kann ich mir vorstellen. Lass mich aber noch mal fragen, das ist für dich doch wahrscheinlich auch sehr kompliziert so im Alltag. Was machst du beispielsweise vom Beruf? Also ich bin Kfz-Mechaniker. Ja. Und ich muss mindestens, also bei acht Stunden Arbeit, muss ich viermal mindestens die T-Shirts wechseln. Selbst im Winter? Ja, auch im Winter. Also im Winter, ich war jetzt in letzten Jugoslawien, also in Kosovo. Ja. Jetzt im Winter, da waren minus 20 Grad. Ja. Ich habe die dünste Jacke angehabt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin rumgelaufen und trotzdem durchgeschwitzt. Das heißt, wenn du bei der Arbeit als Kfz-Mechaniker am Tag mehrfach die Sachen wechseln musst, gehst du immer zur Arbeit mit einer dicken Tasche, wo du T-Shirts drin hast? Ja, das Blöde war das jetzt gewesen, weil letztes Jahr ich war in der Türkei, mit Freunden und alle haben so Getränke mitgehabt in den Rucksäten und so und der Drehton. Also ich hatte natürlich viele T-Shirts drin gehabt. Ja, klar. Weil das sind eine Viertelstunde ist also direkt alles durch. Ist das auch ein sehr stark riechender Schweiß oder riechend bisschen? Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also alle sagen, bah, das stinkt doch bestimmt und so. Ich habe ganz ruhig, das ist nichts. Also ich habe alles versucht. Und die Arbeitskollegen, ziehen die dich auf oder wissen die das mittlerweile schon? Ach, die sagen eigentlich nichts. Die sagen nichts. Ich verstecke das immer so. Auch wenn das jetzt Sommer ist oder so mit dem Pulli oder irgendwie. Also ich fühle mich voll unruh. Ja. Ich würde das ja gerne machen, aber die 1.800 Euro, oder 2.000 Euro oder der Eingriff, aber muss ja nichts immer gemacht werden. Versteht. Was ist denn so mit dem Thema Frauen? Ist dir das auch peinlich? Ja, richtig. Also ich sage, also Diskotheken. Ja. Also wenn ich in die Diskotheke eingehe, dann sind wir eine halbe Stunde oder so, ist halt direkt voll. Ja. Dann gehe ich einfach raus, also lasse ich mir einen Stempel geben, also einen Stempel auf meine Hand oder so. Ja. Gehe dann raus und deckst du einfach T-Shirt oder so. Ja. Ist natürlich alles nervig und aufwendig und, also, so perspektivisch würde ich ja schon an deiner Stelle sagen, ich würde es irgendwann machen lassen. Ja, muss ich machen lassen. Aber lass es nicht, lass es nicht so ganz schnell irgendwo im osteuropäischen Ausland machen. Mhm. Wirklich nicht. Dafür gibt es viel zu viele schlimme Geschichten von, von Fusch. Ja. Lass dich mal in Deutschland richtig gut beraten erst mal. Ich wollte mal erst mal nachfragen, Oster. So, und dann kannst du natürlich, ist es eine Frage, dann sparst du halt darauf. Dann verzichtest du mal auf den einen oder anderen Urlaub und in zwei, in zwei, drei Jahren machst du es dann. Nicht so gut? Alle, also Freundeskreis, oder die lachen sich da so aus, aber die verstehen irgendwie nicht. Nee, das kann man nicht. Und wenn ich sage, guck mal, das ist eine Krankheit, da lachen die so und dann denken die einfach wie, ich tue nicht duschen oder so. Ja, Ich muss ja nur laut dem Beruf zweimal pro Tag duschen und dann... Ja, ja, da kann ich mir vorstellen, dass da viele Leute irgendwie drüber lachen. Also, ich nehme das ja ernst, was du da erzählst und kann mir vorstellen, dass es sehr nervig ist. Und würde, wenn man das so beheben kann, würde ich das über kurz oder lang schon auch irgendwann machen lassen. Aber erst nach guter, guter Recherche vorher. Naja, klar, sicher, sicher. Dritton. Ich habe ein bisschen im Internet geguckt, aber ich... Ja, vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Informationen, dann schicken wir die an dich weiter. Einverstanden? Das wäre lieb, das wäre lieb. Das machen wir, verspreche ich dir. Das wäre lieb. Alles Gute. Muss ich noch dranbleiben, oder... Nee, du kannst jetzt auflegen und die Informationen kommen dann über Mail zu uns und wir melden uns dann in den nächsten Tagen bei dir. Okay, ich danke euch. Dritton. Eure Sendung ist super. Dankeschön. Weiter so. Tschüss. Ciao, ciao. Und Marc, 33, hallo. Schönen guten Abend, Domi Jan. Guten Abend. Erstmal ein ganz großes Lob von der Sendung. Danke. Ich verfolge die jetzt schon seit mehreren Jahren, nicht regelmäßig, aber jetzt nicht das erste Mal durchgekommen und es macht mich, ja, bin ich froh. Ja, es freut mich, dass du da bist. Und was geht's denn? Ja, worüber ich reden möchte, das ist eine Sache, wo ich jahrelang gedacht hätte, ich wäre alleine damit. Und seitdem ich dieses große Internet dann doch habe, weiß ich, dass ich nicht alleine damit bin. Und zwar ist es so, ich bin Windelträger. Ich trage gerne Windeln. Nun ist es halt so, aber wusste man das nicht schon vor dem Internet, dass es da noch viele andere gibt, die das machen? Ne, also ich nicht. Ah ja. Ich persönlich nicht. Ah ja. Ich muss zurückgehen, das sind jetzt vier Jahre, bin damals mit einer Freundin zusammengezogen, die hatte halt dieses Internet oder ein bisschen PC, einfach mal, und dann geht man da so rein, dann klickst du hier drauf, klickst du da drauf, guckst dir deine Bands an oder was auch immer. Und irgendwann bin ich auf so eine Suchmaschine gekommen, habe ich einfach mal eingeben Windeln. Ja. Boah, dann bin ich zugeknallt worden und ich denke, mein Gott, hallo. Also, wir müssen mal klarstellen, du trägst die Windeln als Fetischist. Als Fetischist. Ich bin Fetischist, ich trage Windeln als Fetisch. Du trägst die nicht, weil du inkontinent bist oder so. Nein, nein, ich bin weder das eine noch das andere. Ich brauche das irgendwie, das gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit. Dich machen Windeln an, kann man auch so sagen. Die erregen mich. Die erregen dich, ja, ja. Wann trägst du, wie oft trägst du die Windeln? Jetzt. Jetzt. Auch unter der Hose? Nein, also nur privat. Ich gehe da nicht mit an die Öffentlichkeit. Also, du sitzt jetzt entspannt irgendwo auf einem Sofa? Genau. Hast deine Windeln an und sonst nichts, oder was? Der Sex kommt später. Also, entweder mache ich den mit mir selber. Nein, nein, ich wollte mir das gerade mal vorstellen, wie du gerade im Moment da sitzt. Du hast Windeln an, sitzt irgendwo. Ich sitze bei mir auf der Couch, gucke dich im Fernsehen. Und was hast du oben? Ein T-Shirt oder was? Ein T-Shirt und unten ganz normal Boxershirt. Und darunter die Windeln? Richtig. Ah ja. Dann sind da noch extra Einlagen drin, damit das länger hält und damit man die nicht so oft wechseln braucht. Ja, und die mache ich halt nur nass, mehr nicht. Das ist schön warm, das ist kuschelig, das ist entspannt. Also, es entspannt und es erregt sexuell gleichzeitig. Ja, jetzt in dem Moment natürlich nicht. Natürlich nicht, jetzt klar. Aber so eine Komponente hat das eben auch. Richtig. Das heißt, jeden Abend, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit... Nö, das sind unterschiedliche Tage. Manchmal ja, manchmal nein. Ich lebe auch in einer Beziehung. Ach so. Ich habe meiner Freundin davon erzählt und zwar wollte ich gerne damit an die Öffentlichkeit gehen, in dem Fall meine Freundin. Ich möchte da nicht mehr mit Versteck spielen. Also früher, klar, dann habe ich dann da rumgesurft, immer wenn meine damalige Freundin nicht da war. Jetzt habe ich einen eigenen PC etc. und bin da auf Foren gekommen oder in Chats reingekommen. Habe mich auch mit Leuten getroffen. Ich weiß, dass es auch ganz viele Paare gibt, die das ausleben. Ich weiß, dass es sehr viele Leute betrifft, die das haben. Das weißt du? Ja, das weiß ich. Das weiß ich durch die Sendung. Ja, ja. Okay. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Was sagt denn deine Freundin dazu? Wie geht die damit um? Ganz super, ganz toll. Und zwar, ja, da haben wir halt hier über Stunden gesessen und dann habe ich ihr das erzählt, bei einer schönen Flasche Wein und so. Da gibt es noch was und so. Es ist nichts Schlimmes. Brauchst dir keine Angst machen. Ja, dann wurde die immer neugieriger und dann habe ich natürlich, bin ich hergegangen und habe gesagt, ja, das ist das und das. Wir müssen zurückgehen bis in meine Jugend. Bis ins elfte Lebensjahr, was weiß ich, früher, wie auch immer. Und ja, dann habe ich ihr das erzählt. Dann sagt sie, ja, Mensch, ist doch alles toll. Hört sich doch schön an. Und das hat auch ein bisschen was mit Lac-Latex zu tun, mit Dominanz, mit, weiß ich nicht, was Fetisch-Szene allgemein. Also immerhin ist das schon eine tolle Reaktion. Das hätte auch manch eine Frau sein können, die davor zurückschreibt. Ich glaube einfach, dass wenn man ordentlich und nett hingeht und dem Partner wirklich, dem das einfühlsam erzählt, dass man mit, egal welchen Sachen das sind, dass man dann auch auf Feedback kommt. Kann sein. Kann sein. Das ist meine persönliche Meinung. Marc, wie ist das denn? Baut ihr diese Windeln auch mit in eure Sexualität ein? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich muss dazu sagen, vorher meine erste Erfahrung war halt, ich war bei einer richtig professionellen Mami. Ja. Das hört sich jetzt blöd an. Das gibt es. Das gibt es. Vorhin war das Thema halt Domina. Ja. Es sind nichts anderes als Dominas, nur die Dominas machen das so nebenbei. Ja. Die können sich da nicht so richtig drauf fallen lassen. Und es gibt richtige, in unserem Raum im NRW gibt es Mamis. Ach. Die nennen sich nicht nur so, die sind auch so. Siehste, das weiß ich nicht. Wie geht denn das? Du gehst dann zur professionellen Mami? Also das war einmal bis jetzt. Was macht die professionelle Mami? Die bekommt erstmal Quatsch mit dir. Ja. Und fragt, was dein Fetisch ist, weil es gibt ja auch Menschen, die, wie gesagt, als Babys rumlaufen. Ja, ja, ja. Die wollen als Babys behandelt werden. Ja. Das ist dann, wie gesagt, diese Dominanz, so du machst das jetzt und das. Ja. Da stehe ich gar nicht drauf, sondern bei mir geht es halt nur um die Windeln. Eventuell Pornofilm gucken, was auch immer, erreg mich, nass, nächste Windel. So, und dann bin ich dann dahin und dann, für mich war das ja wichtig. Ich musste ja quatschen, ich musste ja reden. Ich habe ja immer jahrelang gesagt, mein Gott, du bist pervers, du bist ganz allein auf dieser Welt. Was hat denn die Domina, die, 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 die Mutti gemacht? Was hat die gemacht mit dir? Ja, ich habe mich ganz normal gewickelt, auf einem riesengroßen Wickeltisch. Achso. Für große halt. Aber wir wollen nochmal klarstellen, du pieselst nur in die Windel. Ja, 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 ja. Es gibt, es gibt Leute, die das auch andersrum machen, aber, so, dann hat die, hat die, die professionelle Mami, äh, dich gewickelt, auch so ein bisschen eingepudert. Ja, ja, da kommt dann richtig Creme drauf und dann, dann wird das schön zugemacht und dann kommt dann noch eine Gummihose drüber, dass nichts aufläuft. Wie früher. Während die, ja, wie früher, wie als Baby. Genau. Während die das macht, hattest du eine Erektion? Gar nicht. Gar nicht. In dem Fall dann gar nicht. Sicherlich, das kommt dann umso, man sitzt da in diesem Raum, dann sieht man überall die, wie so Wickeltische halt sind, da oben lagen dann die Windeln und dann, ja, so diese Heimlichkeit und was dann so dabei war. Das ist die Sendung gleich rum. Schade. Ich hätte gerne mit dir länger gesprochen. Was hat denn die, die Profi-Mutti genommen dafür? Was kostet das? Damals waren das 250 D-Mark. Nicht schlecht, ne? Nur für einmal trockenlegen? Also, naja, gut, die nehmen sich dann auch Zeit. Zwei Stunden, also das ist nicht nur mal so hoppla hopp. Aber im Klartext, du kommst mit diesem Fetisch gut zurecht jetzt? Ja, aber ich finde die Öffentlichkeit. Ich lebe den nur privat aus, auch mit meiner Freundin mittlerweile. Ja, du musst ja natürlich durch die Straßen laufen und sagen, hier, ich bin im Windelfetisch. Ja, wir haben auch so eine gewisse Angst. Also, wir denken halt und sieht das jeder an, aber es merkt halt ja keiner. Es würde ja keiner merken. Immerhin hast du jetzt hier in einer doch relativ großen Öffentlichkeit darüber gesprochen. Ja, ich würde gerne Feedback haben. Irgendeine Leute, die sich dazu melden, die mit mir darüber quatschen wollen, mailen wollen wir. Aber da würde ich dir raten, geh mal bitte ins Internet, sonst werden wir hier zugemailt, wenn wir dazu jetzt aufrufen. Nee, das geht ins Internet. Du suchst da dann in den Chaträumen. Ach so, okay, okay. Ich bin Schluss, Mann. Die Sendung ist vorbei. Marc, alles Gute. Tschüss. Bis morgen, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.